Die einzige Art, alle Arten von Leben objektiv zu kategorisieren, ist, ihre gemeinsamen Eigenschaften zu erfassen. Also diejenigen Merkmale, die jedes Mitglied dieses Kollektivs hat und nur dieses Kollektivs. So werden ihre Merkmale diagnostisch und für diese Gruppe bestimmend. Wir sollten hierbei nicht vergessen, dass der erste Mensch, der versuchte, alle Lebewesen zu klassifizieren, ein überzeugter Christ und Kreationist war, der nicht an evolutionäre Prozesse oder eine gemeinsame Abstammung dachte bzw. davon wusste. Doch das ursprünglich von ihm entwickelte System, das auch heute noch Verwendung findet, bestimmt, dass alles, was lebendig ist, in drei Hauptgruppen geteilt werden kann, die sich dann weiter verzweigen in einer fortlaufenden Serie von Unterteilungen. Diese drei Hauptgruppen bezeichnet man als Domänen. Zu diesen gehören die Bakteria, Archaea und Eukaria. Eukaria oder auch Eukarioten genannt, haben Zellen mit einem Zellkern. Wir gehören zu den Eukaria, wie auch Pflanzen, Tiere, Pilze, Algen und Protisten. Die Genauigkeit der Teilung an der Basis der Eukaria wird noch untersucht, da sich diese Gruppen als sehr vielfältig herausstellen. Es sind jedoch keine Spekulationen erforderlich, um festzustellen, dass Menschen definitiv von Eukarioten abstammen, da nachweislich jede unserer Zellen einen Zellkern hat. Damit unterscheiden sich die Eukarioten von den Procaria und Archaea, also jenen Lebewesen, die keinen Zellkern besitzen, und allgemein als Bakterien bezeichnet werden. Doch auch diese sind in ihrem Bauplan und Stoffwechsel so divers, dass sie sich nicht als einheitliche Gruppe zusammenfassen lassen. Eine bemerkenswerte Untergruppe der Eukaria sind die Opistokonter, deren Geschlechtszellen ein einzelnes dorsales Flagellum haben. Eine Untergruppe der Opistokonter sind die Metazoa, auch bekannt als das Reich der Tiere. Mehrzellige Opistokonten, die andere Organismen in einer Art Verdauungstrakt aufnehmen müssen, um zu überleben. Die biologische Definition und sogar die gängigen Wörterbuchdefinitionen beschreiben den Menschen als zum Tierreich gehörend. Kreationisten heulen bei der Vorstellung, dass sie Tiere sein sollten, aber wenn man weiß, was ein Tier ist, dann weiß man, dass wir welche sind. Dies ist auch keine Ansichtssache, es ist eine Tatsache und wir können es beweisen. Tiere sind nämlich eukaryotische, mehrzellige Opistokonter, deren Zellen durch Bindegewebe wie Kollagen zusammengehalten werden und sich von organischem Material ernähren müssen, also heterotroph sind. Die Taxonomie basiert sowohl auf dem Körperbauplan, der Fortpflanzung und Entwicklung eines Lebewesens, als auch auf ihre Körperform selbst. Aus diesem Grund wird das Tierreich dann zwischen den Schwämmen aufgeteilt und alles, was weiter fortgeschritten ist, zum Beispiel die radiärsymmetrischen Nesseltiere und die Bilateria. Bilateria sind Triploblastentiere, das heißt sie entwickeln in einem Stadium ihrer Embryonalentwicklung der Gastrola drei sogenannte Keimblätter, Entoderm, Ektoderm und Mesoderm, aus denen sich die verschiedenen Organe eines Lebewesens entwickeln. Ein weiteres Merkmal der Bilateria ist ihre Körpersymmetrie. In einem bestimmten Entwicklungsstadium sind diese Tiere bilateral symmetrisch, haben also eine linke und rechte Körperhälfte. Das trifft übrigens auch auf die radiärsymmetrischen Seesterne zu, da sie von einer Gruppe der Bilateria abstammen und in ihrer Embryonal- und Jugendentwicklung bilateral symmetrisch sind. Eine der nachfolgenden Unterteilungen sind die Deuterostomia, Zölomater, bei denen in der Embryonalentwicklung des Darmes der Urmund, also die Mundöffnung des Embryos, zum After wird und der Mund sekundär aus dem Urdarm durchbricht. Auf gut Deutsch, Deuterostomia beginnen als Arschlöcher. Wir gehören zu den Deuterostomia. Dieses Merkmal teilen wir mit allen Wirbeltieren und weiteren Gruppen wie Seesternen, Seeigeln und Eichelwürmern. Alles, was wir in der Natur sehen, hält konsequent an allem fest, was wir von einer Kette ererbter Variationen erwarten würden, die durch blühende Abstammungslinien getragen werden, so wie es auch in diesem Fall der Fall ist. Seesterne, Seeigel, Eichelwürmer und alles, was jemals eine Wirbelsäule hatte, entwickeln zuerst ihre Öffnung für den Anus. Ist das nicht seltsam? Eine gemeinsame Abstammung erklärt diese Tatsache offensichtlich, aber bisher konnte kein potenzieller Kritiker der Evolution jemals eine Erklärung dafür oder für einen der anderen Trends liefern, die wir in der Taxonomie sehen. Die nächste definitiv bestimmbare Unterteilung umfasst die Chordata, Deuterostomia mit einem Rückgrat. Zu dieser Gruppe gehören die Cranioter, Chordaten mit einem Gehirn, welches in einem Schädel eingeschlossen ist. Eine Untergruppe dieser Gruppe umfasst auch Wirbeltiere, von deren Schädel eine Wirbelsäule ausgeht. Und die nächste Untergruppe sind die Gnatostomata, Wirbeltiere, die all das und einen Kieferknochen haben. Die nächste Weggabelung liegt zwischen Gnatostomen, deren Skelette entweder knorpelig oder verkalkt sind. Unsere Linie folgt jenen, deren Skelette verkalkt sind. Eine weitere Gabelung führt uns zu den Sarkopterygii. Knöcherne Wirbeltiere, die sowohl Lungen als auch Gliedmaßen haben. Eine Untergruppe davon sind die Stegocephalia, Wirbeltiere mit Gliedmaßen, an deren Ende sich Finger befinden. Diese Gruppe enthält eine Untergruppe namens Tetrapoda, die jetzt kiemenlose Stegocephalia sind, die vier Gliedmaßen haben. Darin enthalten sind die Reptiliomorpha, fünffingrige postaquatische terrestrische Tetrapoden. Wir sehen jetzt auch eine ausgeprägtere Entwicklung des Gehirns. Eine der Reptiliomorpha-Untergruppen zeigt eine scheinbar kleine Änderung, die jedoch zu den tiefgreifendsten der Wirbeltierevolution gehört, da der Unterschied entwicklungsbedingt ist. Die Rede ist von der Entwicklung des Amnions. Dieses ist eine dünne, durchsichtige, gefäßlose, innere Eihaut, die das Embryo umhüllt und so dessen Entwicklung auch außerhalb vom Wasser ermöglicht. Die Entwicklung des Amnions ermöglichte den vollständigen Übergang vom Meer ans Land und wurde offensichtlich von allen Säugetieren, Reptilien und Vögeln geerbt, die seitdem entstanden sind. Innerhalb der Amniota vollziehen sich weitere Verzweigungen, die sich unter anderem darin unterscheiden, wie viele Löcher, sogenannte Schläfenfenster, im Schädel vorkommen. Auf der einen Seite haben wir die Sauropsiden, die sich wiederum in Parareptilia, Amnioten ohne Schläfenfenster, und Diapsida, Amnioten mit zwei Schläfenfenstern, einteilen. Die Diapsiden teilen sich wieder ein in die Lepidosauromorpha, zu denen unter anderem auch die Plesiosaurier und die Schuppenkriechtiere, also Echsen und Schlangen, gehören. Der zweite Ast der Diapsiden sind die Archosaurier, die sich wiederum in Krokodile und Ornitudierer teilen. Zu letzteren gehören die Flugsaurier und die Dinosaurier. Vögel sind dabei eine Untergruppe der Dinosaurier. Unsere Stammlinie der Amniota führt zu den Synapsider, Amnioten mit nur einem Schläfenfenster. Früher wurden sie irrtümlicherweise als Säugetier-ähnliche Reptilien zusammengefasst. Eine Untergruppe der Synapsider sind die Therapsiden, mit zunehmend säugetierähnlichen Skelettformationen sowie rudimentären Stadien, die sich in der kontinuierlich fortschreitenden Entwicklung des Gehirns bemerkbar machen. Innerhalb dieser Gruppe befinden sich die Zynodonten, Therapsiden mit Eckzähnen. Sie sind tatsächlich eine Elterngruppe der Säugetiere, die selbst als Endotherme, also warmblütige Therapsiden, mit Milchdrüsen identifiziert wurden. Sogar diejenigen, die schließlich ihre Eckzähne verloren haben, gehören immer noch zu dieser Gruppe, da einige Mitglieder von normalerweise eckzahnlosen Säugetieren immer noch diese Zähne entwicklungsbiologisch, rudimentär oder atavistisch entwickeln. Denn selbst wenn etwas ohne eine oder mehrere diagnostische Merkmale seiner Eltern geboren wird, muss es dennoch als Teil dieser Familie anerkannt werden. Menschen haben bekanntermaßen zwei Arme und zwei Beine, doch sind jene Kinder ohne Gliedmaßen, die von diesen Eltern abstammen, immer noch Kinder dieser Eltern. Alle heute lebenden Säugetiere gehören zu einer von drei Hauptabteilungen, die nur einen Bruchteil der wichtigsten Säugetierformen ausmachen, die früher existierten. Die bekannteste Gruppe moderner Säugetiere sind die Euteria, die Brustwarzen wie Beuteltiere haben, aber in einer Plazenta geboren werden. Diese Gruppe enthält viele Untergruppen auf verschiedenen Ebenen, von denen eine die Gruppen für Primaten enthält. In dieser Gruppe befinden sich auch wir, die Menschen. Ich möchte hier in Erinnerung rufen, dass ich entlang des Stammbaums nur jener Linie gefolgt bin, die zu uns Menschen führt und jegliche anderen Abzweigungen, die sich teilweise durch eine noch größere Vielfalt auszeichnen, ausgelassen habe, sowie auch nicht jede Zwischenkategorie erwähnt wurde. Hier wird aber schon deutlich, dass im Sinne der phylogenetischen Systematik will man die evolutionären Abstammungslinien nachvollziehen, Linies sieben Kategorien bei weitem nicht ausreichend sind, Lebewesen taxonomisch einzuordnen. Tatsächlich würde man die evolutionär-taxonomische Hierarchie vom Reich der Eukaria bis zur Art Homo Sapiens durchgehen, bräuchte man über 40 taxonomische Kategorien nach dem heutigen Stand der Taxonomie. Man sollte immer daran denken, dass wir objektiv beweisen können, dass jedes Mitglied all dieser Gruppen immer noch zu jeder übergeordneten Kategorie gehört, die schon erwähnt wurde. Zum Beispiel werden Primaten kollektiv definiert als Kiemenlose, RNA-DNA-Protein-basierte, metabolische, metazoische, Zellkern-enthaltende, diploide, bilateral-symmetrische, endotherme, verdauende, triploblastische, opistokonte, zölomate deuterostomia, mit einem Rückgrat, zwölf Hirnnerven, die in einem limbischen System verbunden sind, an einer vergrößerten Großhirnrinde, mit einem reduzierten Riechfeld in einem Schädel mit Kiefern und spezialisierten Zähnen, inklusive Eck- und Backenzähnen, vorwärtsgerichteten, vollumschlossenen Augenhöhlen, einem einzelnen Schläfenfenster befestigt an einem Skelett mit Wirbelsäule, welches vierbeinig und hinterbeindominant ist, mit einem Becken mit Kreuzbein, Schlüsselbeinen, Hand- und Fußgelenkknochen, die Lungen, Tränendrüsen, Haarfollikel am ganzen Körper, Milchdrüsen, einen opponierbaren Daumen, Nägel und eine verhornte Haut an allen Fingern und Zehen haben, deren Embryonen von einer Amnionhaut umgeben sind, von einer Plazenta versorgt werden, lebendgebärend sind und ein komplexes Sozialverhalten haben. All diese Merkmale definieren auch uns als Art Mensch und es ist daher nicht zu leugnen, dass wir aufgrund dieser Merkmale Primaten sind. Wir stammen also nicht vom Affen ab, wir sind Affen. Und wir glauben es nicht, weil wir es glauben wollen, sondern weil wir es beweisen können, es also wahr ist. Menschen wurden seit dem 18. Jahrhundert als Primaten eingestuft, als ein christlicher, kreationistischer Wissenschaftler herausfand, was ein Primat war, und andere Wissenschaftler dazu veranlasste, herauszufinden, warum dies auf uns zutraf. Dem wäre nicht so, wenn verschiedene Grundtypen, von englischsprachigen Kreationisten gerne als Kind bezeichnet, des Lebens auf magische Weise erschaffen worden wären, die nicht miteinander oder mit irgendetwas verwandt wären, es sei denn Gott wollte uns täuschen und uns dazu bringen, zu glauben, dass sich alles entwickelt hat. Denn der phylogenetische Baum des Lebens ist für jeden objektiven Beobachter, der es wagt, die Anatomie verschiedener Gruppen kollektiver Lebensformen zu vergleichen, von Grund auf klar erkennbar. Aber es kann genauso objektiv von oben nach unten bestätigt werden, wenn es genetisch geprüft wird. Aus diesem Grund wird es als doppelt verschachtelte Hierarchie bezeichnet. Aber es gibt noch mehr als das. Denn die offensichtliche Entwicklung der Physiologie und Morphologie kann sowohl biochemisch als auch chronologisch in der Geologie und entwicklungsbedingt in der Embryologie bestätigt werden. Warum sollte das so sein? Und wie erklären Kreationisten, warum jedes Lebewesen in all diese Tochtergruppen innerhalb der Elterngruppen passt, wobei jede nach scheinbar vererbten Merkmalen abgeleitet wird? Sie versuchen es nicht einmal irgendetwas davon oder irgendetwas anderes zu erklären. Sie werden es nicht tun, weil sie es nicht tun können, weil die Evolution die einzige Erklärung ist, die das alles erklärt.